Doppeldecker Burger. Klassischer Burger. Toll. Jetzt hab ich einen Burger stehen. Hallo? Egal. Ein Burger. Ich würde auch gerne einen zweiten rausnehmen, aber das geht nicht, weil ich bin nicht so gut scheinbar in dem Spiel, dass ich zwei Burger gleichzeitig auf ein Brett legen kann. So. Der wird einmal angeröstet. Der wird einmal angeröstet. So. Dann nehm ich mir noch noch eins da raus. Zack. Ja, Messer. Einmal schneiden. Zack. Den da und den da. Dann kommt das Brötchen runter. Leg das auf den Tisch. So, was mach ich? Brauch ich noch? Fleisch gut durch. Fleisch medium. Das heißt, einmal Fleisch drauf. Zweimal Fleisch drauf. Brötchen. Brötchen. Nein. Ah. Hör. Jetzt ruckelt er wieder. Eine Burgerverpackung. Zweite Burgerverpackung. Schublade zu. Fleisch schwer? Nein. Fleisch medium brauch ich und Fleisch gut durch. Ah. Hör auf zu ruckeln. So. Jetzt mach mal hin hier. Ich will jetzt nichts anderes machen, weil er schon wieder anfängt zu ruckeln. Jetzt läuft gar nichts mehr. Hallo? Kann ich das einmal anklicken? Hallo? Oh. Oh. Spiel. Spiel. Hallo? Spiel. Spiel. Oh. Ja, schmeiß das erstmal darauf. Oh. Oh. Gut durch. Komm. Komm. Maus. 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 Muss es runternehmen, bevor es anbrennt. Ah. Ah. Ich hab's geschafft. Aber es ruckelt immer noch wie Sau. Was macht das Spiel, wenn es so wie Sau ruckelt? Was ist los hier? Boah. 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 Hallo? Das ist eine Performance, die ist echt für den Arsch. Ach, und jetzt läuft's wieder. Boah. Ich hab hier alles auf die Tische geschmissen. Klassischer Burger Premium Cheeseburger. Bacon medium. Ja, jetzt läuft's wieder. So, also, mal sehen. Einmal Brötchen. Zweimal Brötchen. Einmal Fleisch. Und, äh, das war jetzt das Gut durch Fleisch. Gut durch Fleisch. Gut durch Brötchen. Das heißt, äh, wo ist das zweite? Da, Brötchen. Brötchen. Der kommt in Bestellung Nummer vier. So. Da einmal rein. Bacon rare, bacon medium. Fleisch medium haben wir. Scheibenkäse Brötchen. Scheibenkäse. Erstmal da drauf packen. War das medium? Medium. Bacon medium. Medium drauf. Kommt er noch? Nein, kommt nicht. Nein. Böse. Tomate. Äh, Tomate. So. Und der dann. Bestellung vier war das, oder? Ja! Woo! Boah! Das ist ja stressig hier. Sag mal, das ist ja aber stressig hier. Vor allen Dingen, dieses Geruckel zwischendurch ist so nervig. Wenn das Spiel mit vier FPS läuft, also wenn das Spiel morgen auch so läuft, dann würde ich sagen, es sei denn, mein Rechner hier überhitzt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Oder? So. Boah, Doppeldecker Burger. Fleisch medium, Fleisch medium, Bacon gut durch. Fleisch. Fleisch. Bacon. Äh. Ach, komm her. Bun. Bun. Äh, Messer. Äh, da. Da einmal und der auch einmal. Zack. Nein! Alle sind voll! Äh. Okay, also was brauche ich? Fleisch medium und Bacon gut durch. Fleisch medium kommt zuerst runter. Okay, knuspriges Brötchen kommt zuerst runter. Das Brötchen da drauf. Das Brötchen packen wir dann, äh, ich habe gar keine Burgerschachtel. Medium, da. Medium, da. Burgerschachtel. Das da, das da, das da. Knuspriges Brötchen. Bacon gut durch. So, Bacon gut durch. Bacon gut durch. Tomatenscheibe. Die liegt da ja schon nur einen halben Tag. Und, äh, Scheibenkäse. Käse, Käse, Käse. Äh, so. So. Äh, der da drauf und der dann in, äh, in Tüte Nummer 5. So, fertig! Äh, 20 Dollar. So, hier schuftet man sich ja echt krumm. Boah. Tomatenburger. Hallo, Tomatenburger? Fleisch rare. Fleisch rare. Hallo? Bun? Lh. Äh, 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 das da drauf und das da auch drauf. Zack. So, Fleisch rare. Zwei Tomatenscheiben und Brötchen. Moment. Äh, doch. Brötchen rare. Zwei Tomatenscheiben. Fleisch rare. Den einmal, den woanders hinpacken. den da hin. Äh, 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 Tomate. Äh, Tomate. Äh, Tomate. Messer. Nein, Messer. Äh, eins, zwei, drei. Äh, pff, egal. Was? Da gab nur eine Tomatenscheibe raus? Ich brauch aber zwei. Oh, das gibt's doch nicht. hab ich die Tomate so scheiße geschnitten. Es ging nicht besser. Ach, schmeiß ich hier ein Ladekabel runter. Äh, pff. Ach, dreh das Messer doch mal, du Schwachmat. So, dass das Messer auch richtig ist. So. Einmal, zweimal und dreimal. Und der noch? Ja, gut. Neue Tomatenscheibe. Äh, und, Moment, Bestellung Nummer 6. So, fertig. Äh, Prestige Level ab. Was? Du bist hier, neuer Inhalt verfügbar. Was? Du bist hier, neuer Inhalt verfügbar? Okay. Boah, wenn's hier im Zimmer nicht so warm wäre mit 30 Grad. Klassischer Burger. so I left you a little something at your garage. Another gift? Clara, you shouldn't have. You've already done so much already. Shush now. It's what your dad would do. Ugh. But, do visit me again. Now that you're earning some money, you'll have to put it to good use. Ordering first will get you a nice discount. And the quicker you get here afterwards, the bigger the discount will be. See you soon. That grill's looking pretty dirty. Ach ja, das Ding ist aus. Ich hab kein, ich hab kein Gas mehr. Nein. Oh, äh doch, eine Gas... Oh. Nein. Oh, es ruckelt wieder. Es ruckelt wieder. Es ruckelt wieder. Spiel. Komm, Spiel. Spiel, chill. Chill, Spiel. Sogar der Ton ruckelt, die Musik. Ist das normal? Soll das so sein? Ich hab hier kein High-End, äh, NASA-PC. Oh. Ah. Hallo? Hallo? Äh. Äh, Abfalleimer. Hallo? Ah. Sogar die Maus ruckelt. Alles ruckelt. Komm, spiel, erhol dich. Was macht das Spiel eigentlich? Der Rechner macht gar nichts im Hintergrund. Boah. Junge! Okay, jetzt läuft es wieder einigermaßen. Puh. Okay, also was wollt ihr, wollt ihr die haben? Äh, den muss ich ja erst mal wieder einschalten. So. Okay, also einen einfachen Burger im Sinne von, äh, Verpackung, Brötchen. Okay, das, das Brötchen ist erst fertig. In welcher? Gut durch. Kann ich die Tomatenscheiben in den Kühlschrank packen? Ja, kann ich. Nichts passiert. So. Ah, so. Huh. Medium. Ich bin nur ein bisschen zu spät, weil eben dieses Mega-Geruckele immer ist, alle fünf Minuten oder so. Ich weiß auch nicht, das Spiel frisst auch Grafikspeicher ohne Ende. Es ist noch alles andere als optimiert, würde ich sagen. So. So. Und einmal Tüdel und Tüdel. Zack. Zu spät. Ach, sei eh nur 10 Dollar bezahlt, Mädel. Guck nicht so. Sei froh, dass ich dir ein Burger gebrutzelt hab. Was? War das jetzt? Okay. Select the cleaning brush from the tools wheel. Boah. 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 Was? Worth the sin. Mhm. Keine Bestellung. Keine Bestellung dienen. Okay. Stahlbürste. Grill-Dirtiness. Drücke linke Taste zum Putzen. Bewege die Maus über den Grill um ihn ordentlich sauber zu schrubben. Schrubben. Nicht schrubben. Wenn er zufriedenstellend, also Picobello, gereinigt wurde, drücke rechte Maustaste, um aufzuhören. Okay. Hallo? Ich hab schließen geklickt. Oh. 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 Ja, ist ja gut. Ich will ihn ausschalten, aber es ruckelt. Es ruckelt. Es ruckelt. Es ruckelt. Komm. Schalt ihn aus. Ah, ja. Was? So. So. Grill-Schmutz-Level. Ah. Wo ist denn noch was? Ich seh gar nichts. Hä? Wo ist denn noch was? Da irgendwo war noch ein Pommes. Was ist denn noch was? Was ist denn noch? Zeit, um zu gehen. Ah. 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 Es ruckelt wieder wie Sau. Ah. Ah. Boah. Sieht man ja an den Pfarr. Ah. Boah. Okay, Moment, Moment, Moment. Boah. Sogar ein Menü ruckelt's. Optionen. Grafik. Qualitätsvoreinstellung episch. Hoch. Medium. Niedrig. Stellen wir es mal auf niedrig. Mal sehen, ob das irgendwas daran... Oh. Irgendwas daran ändert. Ich habe das Enter gedrückt, aber es passiert nichts. Ähm. Nö, es scheint nichts daran zu ändern, dass die Maus ruckelt. Es liegt nicht an den Grafikeinstellungen, glaube ich. Oder? Okay, mit niedrigsten Einstellungen, aber es... Oh. Guckt euch das mal an. Ich habe 16 FPS. Ich habe die Grafikeinstellung auf niedrig gestellt. Es liegt nicht an den Grafikeinstellungen, würde ich sagen. Es lief vorher besser. Grafik. Benutzer definiert. Episch. Machen wir mal hoch. Das Spiel ist total unoptimiert, würde ich sagen. Weil jetzt läuft die Maus flüssiger als eben. Und es läuft immer noch mit 20 FPS. Ausgang. Bist du sicher? Ja. Oder? Jetzt kommen wir doch wieder zum Umherfahren. Das Spiel ist total unoptimiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017